In Berlin bin ich jetzt verbunden mit Omid Nouripour, außenpolitischer Sprecher der Bündnisgrünen Bundestagsfraktion. Herr Nouripour, beginnen wir bei dem Fall Alexej Nawalny, Nervengift zweifelsfrei erwiesen, sagt die Bundesregierung. Was muss jetzt genau passieren aus Ihrer Sicht? Es ist notwendig, dass die Bundesregierung, was sie versäumt hat im Falle des Tiergartenmordes, jetzt eigentlich aktiv wird. Und die Europäische Union zusammenruft, als Ratspräsidentin sowieso, um gemeinsame Koordinationen anzustreben für Gegenmaßnahmen. Es braucht ganz dringend ein Stoppschild. Wir reden hier über eine massive Mordserie von Andersdenkenden, bei denen nicht einmal davor zurückschreit, Kampfgas im eigenen Land einzusetzen. Aber es braucht auch natürlich eine Reflexion darüber, ob die bisherige vertiefte wirtschaftliche Zusammenarbeit, beispielsweise im Energiebereich, beispielsweise bei Nord Stream 2, noch angebracht ist. Und ob wir nicht damit sowas werden wie Co-Sponsor dessen, was da gerade in Russland passiert, indem wir Energieprojekte von Gazprom mit unterstützen. Lassen Sie uns Nord Stream 2 noch einen Moment vertagen. Aber Sie sagen, es muss sozusagen eine gemeinsame Moderation jetzt hergestellt und moderiert werden durch die Deutschen, die EU-Ebene, die NATO-Ebene. Was wäre denn angemessen aus Ihrer Sicht? Ich glaube, dass es nicht so viel bringt, vorwegzunehmen, was das Ergebnis sein müsste, weil wir wissen, dass es kompliziert ist, 27 Staaten unter einen Hut zu bekommen. Aber das Wichtigste ist ein Umdenken. Das Wichtigste ist, dass jetzt beispielsweise auch die Sozialdemokratie, die immer noch so tut, als hätten wir es mit der Sowjetunion zu Zeiten von Willy Brandt zu tun, aufwacht und der Außenminister, wenn er denn schon endlich den Botschafter einbestellt, es auch öffentlich Einbestellungen nennt. Er hat gestern davon gesprochen, dass er eingeladen worden sei zum Gespräch. Ich glaube, dass das so nicht funktioniert. Es muss klar sein, dass es aufhören muss. Es muss klar sein, dass wir das mit uns nicht mehr machen lassen und dass wir auch nicht zusehen, dass Russland das mit den eigenen Staatsbürgern macht. Und deshalb braucht es, und da hat Norbert Reutgen recht, harte Gegenmaßnahmen. Und ich glaube, dass es ohne die wirtschaftlichen nicht geht. Ich will ein Beispiel sagen. Wir haben zahlreiche Oligarchen aus Russland, die ganz nah sind am Kreml und die auch unbestraft und ohne jegliche Restriktionen in Deutschland große, beispielsweise Immobiliengeschäfte machen. Wollen wir das nicht endlich mal unterbinden? Ist es nicht Zeit, dass wir aufwachen und das nicht mehr zulassen? Weil diese Leute sind ja die Träger des Systems. Wir beide können das nicht entscheiden, aber möglicherweise haben Leute, die das entscheiden können, bereits zugehört. Aber Herr Noribor, kommen wir quasi auf einen anderen Punkt, der quasi da anknüpft. Die Kanzlerin sagt, sie erwartet eine klare, deutliche Reaktion aus Moskau. Moskau ist im Zug, Mauert sagt aber, es kooperiert oder ist bereit zur Kooperation. Also was ist das Ganze wert? Was müsste Moskau jetzt machen, damit es irgendwie glaubwürdig bleibt? Moskau sagt die ganze Zeit, wir sind einer Kooperation interessiert. Wir wollen natürlich auch Aufklärung, aber wir wissen beispielsweise, dass sie nicht vergiftet worden sind. Wir glauben nicht, dass was Labors in Deutschland tatsächlich auch rausgefunden haben. Das deutet darauf hin, dass der Wille für eine Deeskalation tatsächlich nicht da ist. Es ist aber auch nicht besonders verwunderlich bei einem System, das so mit Oppositionellen und Andersdenkenden umgeht. Und nochmal, Nawalny ist die Spitze des Eisberges. Da gab es sehr, sehr viele noch vorher, über die man reden muss. Und deshalb fehlt mir ein Stückchen der Glaube, dass die russische Seite tatsächlich jetzt Deeskalation will. Aber wenn sie das wollten, müssen sie jetzt einfach mal die Akten offenlegen, müssen auch die über diese Operation, die dazu geführt hat, dass Nawalny vergiftet worden ist, auch aufklären, Transparenz herstellen und diejenigen, die dafür zuständig sind, und zwar in der gesamten Befehlskette auch zur Rechenschaft ziehen. Das heißt, ihr Glaube in eine unabhängige internationale Untersuchung ist nicht so hoch. Das habe ich jetzt hier rausgehört. Vielleicht ein Schlusspunkt. Sie haben gesagt, wird sehr schwierig sein, die 27 der EU unter einen Hut zu bringen. Die Deutschen könnten in gewisser Weise vorangehen und könnten sagen, lass uns mal eine Neubewertung der deutsch-russischen Beziehungen machen. Wie stehen Sie dazu? Das wäre ein guter Schachzug Deutschlands, auch um die Europäische Union zusammenzutragen beim Falle von Nord Stream. Denn Nord Stream ist nicht nur ein bilaterales Energieprojekt, sondern auch ein massiver Spalter in der Europäischen Union auf Kosten von Estland, Lettland, Litauen, Polen und anderen. Und deshalb wäre ein Abschied von diesem Projekt nicht nur ein Abschied von einer Vertiefung der Kooperation, aber auch vor allem der Kofinanzierung eines Systems, das solche Verbrechen begeht, sondern wäre natürlich auch ein riesengroßer Beitrag dazu, dass die Europäische Union näher beieinander steht. Damit schließen wir für den Moment das Kapitel Nawalny. Ich nehme aber Ihren Stichwort von der Spaltung auf. Das bringt uns weiter in die Vereinigten Staaten von Amerika. 3. November. Der Wahlkampf rollt so langsam an. Das Land ist gespalten. Wie nehmen Sie es persönlich wahr? Es ist erschreckend zu sehen, dass diejenigen, die dafür gewählt worden sind, das Land zusammenzuführen, jetzt sehr, sehr stark versuchen zu spalten. Wenn ich mir die Rede anschaue, die der Präsident gehalten hat an Orten, an denen Leute mit sechs Schüssen im Rücken tatsächlich umgebracht worden sind, wo er nicht sich einmal mit der Familie trifft, sondern sich einfach hinstellt und wüst schimpft, wenn er jetzt davon spricht, dass demokratisch geführte Städte jetzt kein Geld mehr kriegen sollten von der Bundesebene, dann deutet das darauf hin, dass er nicht das Land zusammenführen will, sondern dass er seine eigene Wählerschaft radikalisieren und mobilisieren will. Und diese Art von Rücksichtslosigkeit ist nicht vereinbar mit einem Rechtsstaat. Und deshalb hoffe ich, dass die Vereinigten Staaten endlich Frieden finden, hoffe, dass die Eskalation aufhört und hoffe vor allem aber, dass, wenn das Wahlergebnis feststeht und der jetzige Präsident verloren haben sollte, dass er auch dann bereit ist, ein demokratisches, faires und freies Wahlergebnis zu akzeptieren. All die Tiraden gegen die Briefwahl sind ehrlich gesagt beängstigend, weil es darauf hindeutet, dass er nicht bereit ist, die Wahl auch anzuerkennen, wenn sie nicht so ausgeht, wie er sie sich wünscht. Ja, was das Stichwort Hoffnung angeht, Ihre Fraktionsvorsitzende, Frau Göring-Eckardt, hat gestern sogar noch ganz explizit in Kameras die Hoffnung geäußert, dass Herr Trump verliert. Ein bisschen ungewöhnlich im internationalen Zusammenhang, aber das mal dahingestellt. Wenn wir jetzt einfach mal sagen, Law and Order wird das Trump-Thema sein. Sie haben, glaube ich, gestern in Ihrer Klausur auch mit Madeleine Albright geschaltet. Wie sind denn die Erkenntnisse der Demokraten? Ein 77-jähriger Bewerber, Joe Biden, der muss jetzt langsam Fahrt aufnehmen, oder wie kann das klappen sonst? Die Botschaft von Frau Albright war sehr erfrischend. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber eine, die wir lange nicht mehr gehört haben. Sie hat nämlich massiv gedrängt, dass das Wichtigste wäre, dass die beiden Parteien zusammenarbeiten. Das ist gerade in diesen Zeiten leider nicht selbstverständlich. Und deshalb war es schön, dass da eine besondere Stimme ist, die versucht, das Gesamte und die Aussöhnung des Landes im Blick zu haben. Und es ist sicher so, dass Joe Biden Teil des Establishments ist. Es ist zweifelsohne so, dass es einen Boden gibt für Anti-Establishment-Stimmung in den USA. Sehr viele Menschen sind zutiefst enttäuscht von der Politik. Das ist kein amerikanisches Phänomen, aber sehr, sehr gut greifbar. Und in der Zeit versucht Trump so zu tun, als würde er nicht zum Establishment gehören, was für ein Multimillionär schon ein wenig bizarr ist. Aber die Leute wollen Wandel. Die Leute wollen, dass es ihnen besser geht. Sie wollen, dass es ihren Kindern besser geht. Und das ist das alte amerikanische Versprechen, das seit Generationen in Teilen des Landes, in West Virginia, in Arizona und in vielen anderen Orten in Michigan nicht eingelöst wird. Und das ist der Grund, warum Joe Biden dieses Versprechen erneuern können muss, wenn er gewinnen will. Okay, Herr Nouripour, als Realist vielleicht noch eine kurze Schlusseinschätzung zu Joe Biden. Wenn er den gewinnen sollte, einfacher wird es mit ihm auch nicht werden als Präsident, oder? Es ist höchste Zeit, dass Europa auf eigenen Beinen steht. Es ist höchste Zeit zu verstehen, dass die amerikanische Kavallerie nicht darauf wartet, dass wir um Hilfe suchen. Wir müssen uns selbst helfen können als Europa. Das sieht man an den zahlreichen Konflikten in unserer Nachbarschaft. Und das ist komplett unabhängig von der Frage, wer amerikanischer Präsident ist. Und mit Nouripour, der außenpolitische Sprecher der Bündnisgrünen, Bundestagsfraktion, vielen Dank für Ihre Einschätzung heute bei Phoenix. Danke Ihnen.